Hallo und herzlich willkommen bei PIC TV. Mein Name ist Kevin und der Paul zeigt heute, wie ein Klickshare konfiriert wird. Ich wünsche viel Spaß. Hallo zusammen und auch von mir herzlich willkommen zu PIC TV. Kevin, vielen Dank für die Einleitung. Lasst uns direkt loslegen mit der Einrichtung des Klickshare C10 von Barco. Und dazu möchte ich vorab einen wichtigen Hinweis geben. Beim ersten Starten des Geräts ist zwingend eine Internetverbindung über LAN erforderlich, weil das Gerät nach Firmware-Updates sucht. Sobald das Gerät hochgefahren ist und eine Internetverbindung erkannt wurde, passiert alles automatisch und Sie sehen diesen Bildschirm. Dann sind Sie bereit für die Einrichtung. Optional kann das Gerät in der XMS-Cloud von Barco registriert werden, um zum Beispiel Features wie eine Garantieverlängerung freizuschalten. Sollten Sie diesen Bildschirm sehen, heißt das, dass keine aktive Internetverbindung erkannt wurde. Mögliche Lösungen und Ursachen dazu werden im Manual behandelt. Gehen wir aber erstmal davon aus, dass das Gerät ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden ist und wir also mit der Einrichtung starten können. So, dann sind wir bereit für die Einrichtung des Klickshare. Kurze Erklärung zum Setup. Über mir sehen Sie die HDMI-Ausgabe der Basisstation und rechts von mir können Sie meinen Desktop sehen. Ich verwende einen Mac-Computer, aber natürlich funktioniert das Ganze auch genauso auf einem PC. Wichtig zu sagen ist noch, dass die HDMI-Ausgabe beim ersten Starten des Geräts etwas anders aussieht als bei mir jetzt. Das liegt daran, dass mein Demogerät bereits in der XMS-Cloud von Barco angemeldet ist und ich nur die Einstellung zurückgesetzt habe, um einmal die Einrichtung demonstrieren zu können. Also, starten wir direkt rein und schauen uns mal die Ausgabe vom Klickshare an. Hier sehen wir auch schon, connect the base unit to the Internet, das haben wir gemacht. Und im zweiten Schritt müssen wir den Computer mit dem internen WLAN der Klickshare-Basisstation verbinden. Dazu brauchen wir das Passwort klickshare, klein und zusammengeschrieben. Dazu hole ich vielleicht mal meinen Desktop nach vorne und wir schauen mal, ob wir das Netzwerk finden können. Da ist es, Klickshare. Wir verbinden uns mit dem Passwort klickshare, klein und zusammengeschrieben. Er sucht und sucht, aber da kein Internet dahinter ist, wird er auch nichts finden. Wir sollten aber trotzdem verbunden sein. 192.168.2.1 ist die IP-Adresse der Basisstation. Wenn ich das hier eingebe, taucht bei mir das bereits als Vorschlag auf, weil ich das schon mal gemacht habe. Diese Meldung taucht auch bei Windows ganz genauso auf. Man muss sich nur einmal die Details anzeigen lassen und bestätigen, dass man sich der Gefahr bewusst ist. Und Website trotzdem öffnen. So, dann landen wir im Konfigurator. Im Manual finden wir auch das Passwort. Das ist nämlich genau wie der Benutzername admin. Und damit kommen wir in den Konfigurator. So, wir müssen jetzt eigentlich nur dem Assistenten Schritt für Schritt folgen und werden da auch ganz gut durchgeleitet. Firmware-Updates auf automatisch. Downgrades erlauben. Das ist alles okay für uns. Wir setzen hier die Sprache mal auf Deutsch. Meeting Room Name würde ich jetzt zum Beispiel mal Pick Demo Raum eingeben. Location Name ist Konferenz Raum. Und Welcome Message. Welcome to ist okay. Das lasse ich so. Current Time, Time Zone. Wir sollen unsere Zeitzone auswählen. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Amsterdam Berlin Bern. Das nehmen wir. Set Date and Time Manually. Ja, das haben wir gemacht. Bei den Sicherheitseinstellungen kann man sich jetzt entscheiden, ob das System sehr sicher sein soll. oder nur Basissicherheitseinstellungen haben soll. Ich entscheide mich für die Basiseinstellungen, aber man kann sich zum Beispiel auch hier für das Setup Nummer 3 entscheiden. Dabei ist ein drahtloser Zugang zum Konfigurator zum Beispiel nicht möglich. Man braucht immer eine Passphrase, wenn man mobile Apps und Services benutzt. Für uns ist jetzt aber die erste Sicherheitsstufe hier völlig ausreichend. Das Current Passwort, also das aktuelle Passwort für den Konfigurator ist ja Admin. Das lasse ich auch genauso und gebe hier nochmal Admin ein. Wenn man das nicht ändern würde, würde das System sich sofort beschweren und einen dazu auffordern, auf jeden Fall hier ein neues Passwort einzugeben. Die SSID, das ist vielleicht ganz interessant. Man kann hier zum Beispiel den internen WLAN-Namen des ClickShare ändern. Ich nenne es mal zum Beispiel ClickCSWLAN. Und das Passwort lasse ich genauso wie es war. ClickShare klein und zusammen. ClickShare klein und zusammen. Broadcast SSID bedeutet, dass das Gerät angezeigt wird, wenn man mit einem Computer nach WLAN-Netzwerken sucht. Wenn man das nicht möchte, wenn man will, dass das Netzwerk verborgen bleibt, kann man diesen Haken hier einfach abwählen. Oh, ich sehe gerade Passphasen stimmen nicht überein. Ich schaue mal ClickShare, was ich hier falsch gemacht habe. Da war es doch richtig. So, im letzten Bildschirm werden wir nochmal daran erinnert, dass wir uns auch in der XMS-Cloud registrieren können für zum Beispiel eine Garantieverlängerung oder bestimmte Cloud-Services. Aber das ist für uns jetzt auch nicht interessant. Wir wollen einfach jetzt erstmal die Basiseinrichtung abschließen. Im letzten Fenster werden wir nochmal daran erinnert, dass wir unbedingt den Dongle neu pairen müssen. Wenn wir wichtige Veränderungen vorgenommen haben. Ja, hier kommt auch direkt nochmal die Meldung. Sie müssen aufgrund der folgenden Änderung alle Buttons erneut koppeln. SSID geändert, Passphrase geändert. Konfiguration abschließen. So, was jetzt passiert ist, das bleibt jetzt hier stehen, weil wir natürlich ja aus dem WLAN rausgeschmissen wurden. Das gibt es nicht mehr. ClickShare. Sondern, wir haben es ja umbenannt, da ist es in PIC-CS-WLAN. Wir müssen nochmal den Passphrase eingeben. ClickShare-Kleinung zusammen, hatte ich ja gelassen. Und können uns entsprechend neu verbinden. Und kommen dann hier ins Menü. Wir haben die Einrichtung abgeschlossen. Und können jetzt hier noch die Feineinstellung vornehmen. Was vielleicht noch interessant ist, die HDMI-Ausgabe des ClickShare hat sich geändert. Wir sehen jetzt hier dieses schöne Bild. Ich kann das ja mal kurz nach vorne holen und sehen hier die ganzen Daten, die wir eingegangen haben. Welcome to PIC-Demo-Raum im Konferenzraum und die Anleitung zum Verbinden. Die Feineinstellungen können dann hier noch nach Geschmack vorgenommen werden. Es können zum Beispiel Bilder hochgeladen werden für den Hintergrund. Bei Personalisierung geht das zum Beispiel. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir haben das Gerät grob eingerichtet. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Macht's gut. Ich denke, wir haben einen super Eindruck davon bekommen, wie man einen ClickShare konfiguriert. Wenn nun welche Fragen offen sind, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like oder einen Kommentar. Und wir freuen uns, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.